Hallo zusammen, heute starte ich meine Wanderung in Masserberg. Es geht zur Vera Quelle und zum Eselsberg. Die Wanderung umfasst eine Länge von circa 10 Kilometern bei nur 120 Höhenmetern. Ich habe diese Tour gewählt, da es gestern stark geregnet hat und ich gut begehbare Wege haben möchte. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen vom Video und drück mir die Daumen, dass das Wetter hält. Musik Massaberg ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Deshalb begegnet man hier auch immer wieder anderen Wanderern. Und dann erst aus dem Kuchen herrisch-Dunsignal. Die Lieblingsflachen und Kuchen in die Ihre Augen. Anhaltenszernandes Weltkuchen. Das war die Naseinigung und Schleisch-Eresdächtung. Wander Bewusstsein. Und auch die Anwender, die Jugendsten, die Gebüden, die Osternusik hier im Banden. Und noch aufzustellen. Die sind in diesem Kuchen, die etwa dieser Wanderer in einem Kuchen, Hier ist der Wald sehr dicht. Hier ist der Wald. 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 Jetzt muss ich umdisponieren. Hier ist der Wald. 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 Hier ist der Wald hat es sich gelohnt. Hier ist der Wald. 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 Leider war ich schneller weg, als ich es filmen konnte. Nun weiß ich sicher, warum der andere Wanderweg gesperrt ist. Anscheinend ist hier Jagd. Nun bin ich fast zurück in Wasserberg und es ist Zeit für ein Fazit meiner heutigen Wanderung. Die Tour hat mir gut gefallen. Die Werakwelle ist der perfekte Ort für eine kleine Rast. Man kann auch in der Werakwellhütte einkehren. Des Weiteren ist die Aussicht am Eselsberg wunderschön. Es lohnt sich die vielen Treppenstufen hinauf zu steigen. Leider kann man durch die Fensterscheiben allerdings schlecht fotografieren. Schade, dass der eine Wanderweg gesperrt war. Ich mag diese schmalen, verschwungenen Pfade lieber als die breiten Wege. Aber da kann man nichts machen. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Tour sehr zufrieden und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.